Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue ein Altersheim und dieses Teil 2. Ja, immerhin steht jetzt das Grundgerüst vom Haus. Ich dachte mir, als nächstes mache ich vielleicht mal die Wandfarben und die Dachfarben und so, damit es von außen ideal schon mal so halbfertig aussieht. Und dann wage ich mich an das umfangreiche Innenleben. So, ja, ich würde es gerne mal probieren mit Fachwerk. Ich weiß nicht, ob das gut kommt, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Und die Türme, zumindest einen Turm, möchte ich vielleicht gerne aus irgendeinem Mauerwerk machen. Irgendwas Älteres. Vielleicht hier dieses da. Mal gucken, wie das so käme. So. Das sieht schon cool aus, finde ich. Das ist hier vom Bowling Staff. Bowling Accessoire Pack. Ja, und das hier wird dann aber mit Fachwerk. Mal gucken, ob ich das zusammenpassend hinkriege. Das ist irgendwie hier dieses da, der Steinwall. Ne, es soll ja Fachwerk sein. Aber es macht schon Sinn, dass zumindest der untere Teil des, auch des Erdgeschosses hier aus Stein ist, so wie dieses. Und mal gucken, ob ich da was Passendes hinkriege. Wie sieht es damit aus? Passt das zu den anderen Steinen? Nicht so ganz. Dann gucke ich mal, ob ich die anderen Steine auch noch in einem anderen Farbmuster habe. Ansonsten finde ich das so ganz schön. Gibt es das auch noch mit Schrägwänden? Ne, nicht so halb. Hm, das ist in Ordnung. Also, jetzt das Obere wieder. Und das müsste ein bisschen bräunlicher dann werden. Das ist grünlicher. Mal gucken, wie das ist. Ich glaube, das passt besser. Ja, das passt besser zu diesen Steinen da unten. So. So, das muss ich jetzt einzeln einfärben, damit mir die Fachwerkwand nicht wieder abhaut. Aber dies geht im Ganzen. Jawohl. So. Das sieht schon ganz schön urig aus. Aber genau das soll es ja auch. So habe ich mir das ja auch vorgestellt. Ich meine, alternativ könnte man die Villa beispielsweise auch komplett weiß machen oder so. Wäre auch schön. Aber ich glaube, so steinig und mit Fachwerk würde mir besser gefallen. So, jetzt hole ich mir dieses Fachwerk, um das beim Rest vom Erdgeschoss... Oh, komm, 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 komm. So. Das fände ich toll, wenn die das mal programmieren könnten, dass das nicht immer so rauf und runter wabert beim Bauen. So. Und mal gucken, welche Farboption das eigentlich ist. Das ist die unten rechts. Denn jetzt kommt dann das Obergeschoss. Nehme ich da vielleicht so was? Gibt es das auch? Ich mache es erst mal mit gerade. Und dann kann ich so schräge Dinger so einzeln da reinsetzen. Oh, und hier, die können ja kaum aus ihrer Tür rausgucken. Das Dach darf ich dann nicht so weit runtergucken lassen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Das ist vielleicht gar nicht so einfach. Vielleicht mache ich da oben nicht auch dieses Kreuzdinger, sondern einfach so ganz normal. Das sieht nämlich sonst ein bisschen komisch aus. So, ja. So. Und hier. Na komm. Und hier auch. So. Und hier. Und eigentlich auch da oben. Und da. Tja. Das ist jetzt die Frage, ob das nicht ein bisschen zu Bauernhaus-mäßig wirkt. Hm. Ich finde, es kriegt jetzt so was Bauernhaus-mäßiges. Tja. Oder ich meine so ein ländliches Gutshaus. Doch eigentlich schon auch ländliches Gutshaus. Da passt das schon noch zu. Aber da wäre dann, würde dann vielleicht das Obergeschoss hier rausgucken. Oder beziehungsweise das Untergeschoss wäre kleiner. Das könnte man ja noch machen. Das ist nicht so schwer. Jetzt gucke ich erst mal nach dem Dach. Diesem hier. Ob ich das schaffe, dass das hier nicht so hoch ist. Dann ist es ganz, ganz niedlich, also ganz kurz. Hm. Mal gucken. Jetzt mache ich es mal rückgängig. Wenn ich jetzt an diesem hier ziehe, dann kann ich das so teilweise machen. Und dann kriegt das sogar so eine nette Biegung. Ja, das gefällt mir schon besser. Hier kommt man jetzt auch wieder aus der Tür raus. Zumindest fast. Na. So, und den muss ich ziehen. Ah, das war es dann wohl auch schon. Weiter kann ich das nicht ziehen. Reicht das? Ja, Hauptsache man kommt aus der Tür raus. Ja, ich denke mal, das reicht. Also hier dran ziehen, bis es nicht mehr geht. Okay. Aber wenn ich da jetzt noch so ein Dachrand hin mache, dann wird das schon wieder eng. Tja. Und hier diese, das Türmchen. Aus Stein oder auch aus aus Fachwerk. Nein, kein Kontrast Holzzaun. Fachwerk will ich. Ich würde sagen, eher Fachwerk. Alternativ probiere ich es mal mit dem Stein. Hm. Schwer zu sagen. Hat beides was. Tja. Und ich bin immer noch ein bisschen unentschieden, ob ich das wirklich fachwerkmäßig machen will. Was wären denn die Alternativen? Ja, ich könnte hier so ein Steinwand machen. Ich probiere das einfach mal. Ich kann ja mit rückgängig, kann ich das dann auch schnell wieder rückgängig machen. So. Nö, das gefällt mir weniger gut. Ich mag zwar diese Wandart sehr gern, aber hier nicht für diesen Zweck. Ich glaube, ich bleibe erst mal bei dem Fachwerk. Und ich denke mal, so rechts-links Verstrebungen, also, mal gucken, wo es die gibt. Diese da. Die mache ich erst später, aber ich deute das schon mal an. So. Ja, vielleicht so und so. Naja, jetzt, wo ich schon dabei bin, kann ich es dann ja auch machen. Zumindest mal in dem einen Geschoss. Na komm, hier. So. Und, ne, das müsste dann ein anderes sein. Dieses hier müsste das sein. So. Und dieses da. So. Ja, das sieht dann schon ein bisschen schöner aus. Okay. Ja, dann schaue ich hier mal nach den Zäunen. Eigentlich ist hier so ein weißer Zaun ganz schön, aber der passt überhaupt nicht zu dem Fachwerkstil. Ähm, was bietet uns hier denn Zeit für Freunde an? Na komm. Warum will das nicht? Jetzt. Das passt schon besser. Und gibt es auch noch was anderes. Hier gibt es noch dieses Flirtezaun. Nichts zum Ende vorhanden. Hm. Ich meine, das ist irgendwie cool. Das hat so einen richtigen Mittelalter-Flair. Warum nicht? Nach dem Motto, wenn schon, denn schon. Und jetzt gucke ich mal, ob ich da an die Seiten drankomme. Schwer. Na komm. Du sollst nicht runtergehen, sondern rauf, damit ich da drankomme. Ja. Und hier. Okay. Gefällt mir das? Ja. Ich finde, auf jeden Fall passt das ganz gut. Dann mache ich das hier auch. So. Ups. Komme ich da dran? Ja. Gut. Das geht fast besser als von vorne. Na ja, aber wer weiß, was ich da alles, welche Wände ich alle in Zäune verwandle. Hier noch. So. Sehr schön. Okay. Dann sollte ich mal überlegen, wie groß muss das Erdgeschoss sein? Das muss schon groß sein. Hm. Ist es auch bei solchen großen Bauten üblich, dass das Erdgeschoss kleiner ist als die Obergeschosse? Ist es überhaupt überall üblich? Also wegen dem Fachwerkstil. Ich probiere das mal. Dass ich das Erdgeschoss ein bisschen kleiner mache. Und dann gucken wir uns das an, ob das gut aussieht. So. So. Und vielleicht auch hier vorne. Okay. Ja, ich denke mal, da wir hier so einen großen Turm haben, kriegen wir da schon einiges unter. So. Jetzt gucken wir uns das mal so an. Hier nimmt man das gar nicht so wahr. Das könnte man vielleicht auch wieder rausziehen. Und dies hier sieht schon irgendwie schnuckelig aus. Ich finde, das ist passender. Ja, dann könnte man auch fast überlegen, ob man dieses Untergeschoss auch mit dem Stein macht. Und hier überlege ich... Na, komm. Kopieren. Geht das so? Ne, jetzt habe ich es wieder irgendwie falsch hingeschoben. Also. Kopieren. Runterblättern. Schrägstellen. So. Ja. Ja, das ist schon etwas besser. Nein. So. Und jetzt ziehe ich den größer. Ah, der ist sowieso irgendwie an der falschen Stelle. Aber ich kann ihn hier kleiner ziehen. So. Und da ziehe ich ihn so groß, dass er hierhin rauspasst. Und ich mache ihn breiter. So, dass es eine richtige Terrasse wird. Ist das jetzt mittig? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, das da oben ist auch nicht mittig. Dann schiebe ich dies hier eins zur Seite. Und mache dieses hier eins größer. So. Und dann passt das schon. Und da müssen natürlich Säulen hin. Da gucken wir mal. Dann nehmen wir Zeit für Freunde. Und die sind etwas schlichter. So. Eine hier und eine da. Damit das Ganze auch stehen kann. So. Dann haben die da eine schöne Terrasse. Und hier vorne ziehe ich das, glaube ich, wieder raus. Dass ich da die volle Größe habe. Im vorderen Bereich. Weil da wirkt das nicht. Und da will ich eine überdachte Zufahrt machen. Jetzt. Am besten mache ich die vielleicht. Ähnlich wie die Balkons. Oder ich mache hier auch nur einen Balkon. Jawohl. Den mache ich mal weg. Und den mache ich dann vielleicht weniger breit. So. Jetzt haben wir da drei. Hier zwei. So. Jetzt ist hier natürlich alles durcheinander geraten. Okay. Muss ich dann wieder neu machen. Und wenn ich das so breit nach vorne ziehen. Hm. Nee. Das ist dann irgendwie zu breit. Mal gucken, wie das mit dem oberen kommt. Vielleicht mache ich das jeweils noch eins kleiner. Jetzt ist es eins, zwei, drei, vier, fünf breit. So wie die da oben wohl auch. Hm. Aber das reicht, um trocken auszusteigen. Ich ziehe es einfach mal nach vorne. So weit, wie es geht. Jetzt wird es rot. So weit geht es. Okay. Und. Ja, das reicht zum Aussteigen. Jetzt ist natürlich ein bisschen blöd mit den Säulen, die da eigentlich auch hin müssen. Da müsste das Auto jeweils. Gucken wir mal. Säulen. Die mache ich mal hier hin. Dann müsste es noch eins weiter vorziehen können. Aber das geht halt leider nicht. So. Zaun. Okay. Und dieser Fußboden ist... Mal gucken, ob ich den als Fußboden kriege oder als Terrainfall. Das hier sieht schon ein bisschen ähnlich aus. Aber die Farbe ist anders. Dieses hier ist ähnlicher. Akademie Backsteinplatten. Ja, das könnte halbwegs passen. Na, nee. Das mache ich jetzt erst mal einfach hier. So. Und dann ziehe ich es noch bis dahin. Und bis dahin. Und jetzt schaue ich mal, ob ich das mit schrägen... Na komm. Du sollst dich jetzt nicht drehen. Du Stein. Es ist ja schon ein anderer Stein irgendwie. Ich gucke mal, ob die Terrainfarbe vielleicht besser passt. Weil da gibt es so eine ähnliche. Die ist, glaube ich, auch zu rot. Backsteine und Mörteln. Möchte ich mal größer hier. Ja, ist auch röter als dieses da. Aber ich kann hier einfach die Steine nehmen. Jetzt mache ich, glaube ich, Ctrl-F ist es. Dann hat man hier nur noch so ein Viertel-Dings. Und kann hier so schrägen machen. Aber ich fürchte, das passt nicht so ganz. Also man kriegt keinen perfekten Anschluss zu diesem hier hin. Schade. Aber es sieht halbwegs passend aus. Und hier wird es noch weniger passend. Da muss ich dann hier was wegmachen. Okay, also wieder Ctrl-F. Und die muss ich wohl weghauen. Zack. Und hier. Nein, ich will jetzt nicht hauen. Zack, zack, zack. Das muss noch weg. Ja, dann kann ich das so mit schrägen Dingern zumindest so halbwegs passend machen. Und dann kann man sich auch irgendwie vorstellen, dass man da mit dem Auto dann runterfährt und dann hier wieder wegfährt. Auch wenn es nicht ganz symmetrisch ist. Vielleicht kann ich das ganze Haus noch ein bisschen verschieben. Weil dann würde es besser passen. So. Vielleicht passt das besser von oben. Verschieben. Ist das jetzt besser? Ich glaube, ja. Oder? Reicht aber immer noch nicht. Hm. Nee, die Mitte ist noch eins weiter. Mindestens eins weiter. Tja, da müsste ich mal zählen. Gut, das ist mir die Sache wert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ja, wunderbar. Dann muss ich nur noch das hier ausfüllen. Ja, und dann sind wir doch einen deutlichen Schritt weitergekommen. Aber trotz leichter Überlänge der Folge noch lange nicht so weit, wie ich kommen wollte. Aber das wird mir wahrscheinlich bei diesem Haus öfters so gehen. Okay, immerhin haben wir jetzt Wandfarben und eine Einfahrt. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.